60 FPS, please call me. Why? Also, warum lag das denn jetzt? Das ja feels bad. LOL! Nein! Ne! Ne! Das, ne! Das haben die nicht gem... Nein! Das haben die nicht gemacht. Digga, die haben das gepatcht? Man kann ja jetzt 60 FPS? Du hast es doch erst vor einem Monat gespielt. Legst da lieber durch, sonst halte ich Nanko noch ab und mach Experimente mit dir. Du erfällst in einem Naruto-Game? Ey, das ist aber ein Patch. Das muss ein Patch gewesen sein. Also wirklich, das muss ein Patch gewesen sein. Aber ich hab keine 60, Leute. Es laggt halt übelst. Japanisch. Bewegungsunschärfe. Glare. Braucht keiner. Vollbild. LOL! Man kann jetzt verschiedene Auflösungen einstellen. LOL! Die haben das übel nachgepatcht. Die haben nachgepatcht, Leute. Ey, ich freu mich grad hart. Oh! Digga! Es sieht so smooth aus! Oh mein Gott! Es sieht so smooth aus! Holy shit! Oh mein Gott! Das ist ja geil! Storm 4 lief doch... Nein, lief nicht, Digga! Als Storm 4 rauskam. Also als Storm 4 released wurde. Haben sich alle beschwert... Alle haben sich beschwert, warum... Warum die nicht ihre Versprechen einhalten. Und das lief halt nur mit 30. Und man konnte auch viel weniger Grafik einstellen. Und jetzt kannst du alles einstellen. Und man hatte früher auch nur zwei Auflösungen. Früher hatte man... Früher hatte man nur Full HD und HD. Mehr nicht. Und jetzt kann man alles neu einstellen. Das ist halt richtig lol. Äh... Keine Ahnung. Erstmal Sakura nehmen. Äh... Machen wir das so? Alter Schwede. Das ist halt richtig funny. Ich hoffe. Leute, die haben das Spiel richtig gut nachgepatcht. Ey, das finde ich aber gut, dass es jetzt nur so viele Patches gab. Alter, das sieht so smooth aus. Holy shit! Ey, Leute, das sieht so gut aus. Alter, das sieht so smooth aus, ne? Holy shit! Das ist sick, Alter. Das ist so sick, ey. Lol! Es sieht so smooth aus. Scheiße, ey. Das ist so nice, ne? Ich konzentriere mich halt hart. Ihr merkt es. Oh, fuck, Alter. Ich muss aufpassen, ne? Boah, Alter. Lol! Er hat einen Counter. Schade. Es sieht so schön aus, Leute, ne? Es sieht so schön aus. Schade. Ah, kacke. Hast eigentlich dir vor... Nee, hab ich auch nicht. Hab ich leider auch nicht. Oh, scheiße. Fuck! Ich hab mich davon treffen lassen. Alter! Ich bin gleich tot, ne? Ich bin gleich tot, ne? Lol! Das wird so close, ne? Was? Ey, das verfolgt dann halt über die Ecken, ne? Scheiße, Leute. Das war gerade mal eine Hälfte, ne? Digga, wie lange das dauert. Ah, ich bin abgebrochen. Ich wusste es. Ich wusste es. Lol. Er war ich einfach doppelt. Alles klar. Uh, Alter. Leute, sorry. Ich konzentriere mich halt bei Naruto echt, echt viel, ne? Ihr merkt es. Das ist leider echt schwer dabei. Konstant... Oh, Gott. Konstant die Fresse aufzumachen. Alter. Oh, manchmal habe ich das Gefühl, dass der Controller nicht richtig reagiert, glaube ich, ey. Wie lange habe ich das Gefühl. Ich nehme mal Kidz Akku, die ist auch OP as fuck. Sieht halt schon hart nice aus, ne? Ich muss gerade ein bisschen aufpassen, ich will halt gerne gewinnen, ne? Macht Sinn. LOL! Der blockt halt durch, ey, fuck, alter. Oh, lol! Ich muss gerade aufpassen, ne? Ich muss gerade echt aufpassen! Oh, lol! Alter, wie schnell die ausfällt! Haben die auch generell ein bisschen das Balancing anders gemacht? Das gibt's nicht. Wer hat gewonnen? Ja, oh mein Gott, alter! Fucking Überladung ist OP, ne? Ich hasse überladene Charaktere, die sind... Ach, scheiße, ey! Okay. Schade, egal, ich will eine Revanche gegen ihn. Ich spiel eine Revanche! Machen wir. Boah, ich bin aber auch übelst uneingespielt, ne? Ist jetzt meine Ausrede, ne? Wisst ihr Bescheid. Ist jetzt meine Ausrede? Wolltest du die Musik eigentlich ausmachen? Weiß ich gar nicht. Ich hab halt... Ah, lol! Ich hätte gerne mit Charakter... Oh, lol! Ich hätte gerne Charakterball gehabt. Was ist denn mit dir, ne? 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 Lol! Ich konnte gar nicht wechseln. Oh! Like at least... Ah! 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 Ja, sorry, ne? Dass ich jetzt... Dass ich jetzt nochmal mit dem gleichem Verklang spiele. I am so sorry, boys. Ah! Ah! Das lädt halt so lange auf! Ah! 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 Konzentration auf Doom Das darf nicht so viel B-Spanen, ne? Das darf nicht so viel B-Spanen Sieht clean aus, der Stream Echt jetzt? Also, der Stream lag auf jeden Fall nicht, ja? Ey, hab ich das gefragt? Ich erinnere mich niemals an meine eigenen Fragen von Spadman Bada-Bada ist gut, wenn du mir sagst, dass der Stream gut aussieht, dann ist das schön Der blockt halt durch Das Rasengan, das, das, dieses Rasengan zu treffen ist halt Ist halt Ultra GG, ne? Dass er immer einen hat, ne? PS4 Pro, achso Ah, lol Äh, das ist ja wer anders, sorry, das war die, das war die gleiche Farbe von einem anderen Viewer, sorry Äh, hallo, was? Schon, schon setzt so 4-1 Oder, 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 oder Vor LPS4 Pro, nein, das ist PC Das ist PC Das ist PC Ich hab keinen Chakra mehr Das ist PC-Person Das war das Noel, kann man das nicht mehr machen? Kann man nicht mehr die Ulti da ranpacken so einfach wie es früher ging? Ah, nicht, das war bei Revolution, ne? Ich glaube, es war bei Revolution, ne? Dieses Rasengan zu treffen, ist halt GD. Lol. Er blockt halt durch, ne? Feels bad, man. Bist du heute noch für eine Runde Oberwatch zu haben? Ah, wie spät ist es denn? Ja, doch, doch, doch. Heut auf jeden Fall noch. Aua. Ah, Oberwatch machen wir. Na, egal. Ich habe niemanden, der das für mich blockt. Scheiße. Fuck off. I'm so sorry. Danke für den Follow, äh. Flee Niels, nee, Flee... Oh, jetzt haben wir nicht aufgepasst. Scheiße. Aber danke. Vielen Dank. Alter, das sieht... Also, der Stream sieht echt gut aus, ne? Holy shit. Achso, ich gehe schon los. Oh, Lord, ich habe ihn abgebrochen. Zweimal, Alter. Bam. So, Leute, wir konzentrieren uns. Ah, er blockt zu viel. Das ist ein großes Problem. Er ist nur am Blocken. Aua. Er darf nicht so viel durchblocken. Und nicht so viel Randomness. Er muss wirklich versuchen, auf Sachen zu reagieren. Das ist ein Fehler, den er so macht. Das habe ich früher auch voll oft gemacht. Ich meine, das mache ich heute immer noch, ne? Aua. Also, dass ich zu viel Randomen mache. Alter, dieses Rasengan ist so OP, ne? Lol. Nein. So, was ist das für ein, den du bis jetzt gesehen hast? Der dann, äh... Ja, das ist ja scheinbar was Gutes. Lol, tschüss. Bam. Ähm, Revolution war das am leichtesten mit der Ulti-Plus-Kombe. Ja, genau. Genau, das meine ich. So. Bam. Boah, Alter. Also, ohne Witz, ne? Äh, nur zur Info. Und jetzt noch für ein paar Leute, ne? Ich spiel... Ich hab das Spiel jetzt seit einem Monat... Also, einen Monat lang nicht mehr gespielt, ne? Und, äh... Es kam halt scheinbar ein riesig großer Patch für PC, ne? Also, scheinbar gab es so einen riesigen Patch. Das ist halt voll heftig. Ich... Boah. Ah. Oh, lol. So schießt der denn, du? Ei, ei, ei. Also, das Ding ist... Früher gab es das ja nur 30 FPS und so. Das find ich halt schon hart, nice. Was? Yo, Leute, habt ihr's gesehen? Ihr habt's gesehen. Ihr habt's gesehen, Alter. FeelsBatman. FeelsBatman. Warum fahm ich die Ulti-Fabrik? Oh mein Gott. Alter, ich muss ja aufpassen, ey. Da rippt einfach meine Ulti nicht, Alter. Knappe Sache, yo. Oh mein Gott. Oh, jetzt lagst du ein bisschen gerade bei mir. Ah, ne, okay. Es geht alles. Oh mein Gott. Und bitte nicht überladen, ey. Oh, jetzt zweimal verloren, ey. Nicht für PC kann der Patch überall. Ach so, okay. Überall und die haben viele Glückses rausgebracht. Das ist gut. Das ist mir auch aufgefallen. Also, das Spiel läuft... Also, auf 60 FPS sieht's halt voll geil aus, ne? Holy shit. Ich hab jetzt zweimal gegen ihn verloren, ne? Zweimal. Das ist halt echt sad. Bin ich so bad? Ich mach mal eine Charakterauswahl. Apple, alles klar.